Sicher und gut gelandet. Am Mittwoch sind drei Crewmitglieder der Internationalen Raumstation ISS in der Steppe von Kasachstan angekommen. Trotz der extremen Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen der Invasion der Ukraine vor über einem Monat ist es gelungen, diesen Konflikt aus der gemeinsamen Weltraummission bisher herauszuhalten. Denn an Bord der russischen Raumkapsel, die nur Stunden zuvor von der Internationalen Raumstation abgedockt war, befanden sich ein US-Astronaut zusammen mit zwei Kosmonauten. Dabei handelte es sich um Mark van der Heij sowie die russischen Kosmonauten Piotr Dubrov und Anton Shkaplerov. Gemeinsam reisten sie offenbar ohne Probleme zurück zur Erde. Sowohl die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos als auch die NASA zeigten Live-Bilder von der Landung. Auf der ISS verblieben ist unter anderem der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Er war am 11. November in einem US-Raumschiff zur ISS geflogen, wo er noch bis Ende April bleiben soll.